Wir helfen heute Landi beim 100.000 Trophäen pushen. Dabei wollen wir heute die 70.000 Trophäen erreichen und pushen Duo Showdown. Auf einer Map, die voller Büsche ist, aber auch Brawl Ball mit einem neuen Skin. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas. Und damit starten wir rein. Landi fehlen nur noch 200, 24 Trophäen. Da meinte wir, wir pushen am Anfang sogar Duo Showdown. Oha, das wird interessant werden. Wir schauen mal ganz kurz dein Profil an. Ich will ganz kurz wissen. Ihr wisst, vor einigen Wochen war er gerade mal bei 2.000 Trophäen. Also fast auf 0. Inzwischen bei fast 70.000. Hat mich auch überholt. Das ist krank. Der lowste Brawler, 782 Cordelius, meinte er. Müsste vielleicht auch gehen für Duo. Dann hier so die meisten auf 800. Fast alles Rang 35. Wir gehen so nach oben. 850, 870. Dann noch hier einiges schon Rang 30. Interessant ist vor allem hier ganz, ganz oben. Sind schon die ersten Rang 35er. 5.5 auf super gut geeignet. Nani auf 1.500 Trophäen. Anders kommt man nicht auf 100.000. Man muss auf über 1.350 eigentlich jeden Brawler haben. Und noch höher. Das ist krank. Und jetzt kommt's. Wir haben im Shop... Das kaufen wir jetzt gerade noch schnell. Wir haben im Shop Skadi, die Jägerin. Den neuen Skin. Und am Ende den legendären Startup. Den holen wir jetzt natürlich direkt wieder. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt gerne an Creator Code. Jojonas im Shop. Das wird auch für den Pay2Win-Account vor allem noch boosten. Da werden wir das Angebot auf jeden Fall auch noch kaufen. Vielleicht können wir den Skin heute auch spielen. Wenn's reinpasst. Also ich denke, wir probieren's. Wir werden's probieren. Skadi, Jesse hier einmal. Dann haben wir direkt hier Münzen. Einmal Münzen. 200. Dann 110 Powerpunkte. Interessant sind eigentlich eher die Startups, finde ich jetzt persönlich. Ich denke, den meisten geht's auch so. Man muss halt immer wieder zwischendrin Stufen kaufen. Dann on top praktisch gratis halt ein bisschen Stuff. Also, so richtig gratis ist es eigentlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, was sagst du? BTF. 1000 Münzen, ich hab der Erste. 500 Credits. Aber das Ding ist, die gehen in den Ruhm. Aber ist gut. Ganz ehrlich. Saturnrum 3. 2000 XP am Ende. Nochmal ein gratis legendärer Startup direkt zum Anfang. Ist schon mal ein geiler Auftrag eigentlich für die Folge. Muss man wirklich sagen. Ich wünsche mir keine 1000 Münzen. Es sind 1000 Münzen. Super. Wir legen los. Die Map heute ist Insel-Invasion. Überall aus dem Büschel. Wir starten jetzt hier rein. Ohne den Cordelius zu meinen. Ich nehme jetzt hier erstmal Tara. Ich würde sagen, nicht den Skin. Wir haben auch später noch Bo. Ich mach den Rage-Grid-Tara-Skin in der Weltmesterschaft. Den kann ich eigentlich mal nehmen. Zwei siehe. Dann bist du schon mal bei 69.800 hier. Und jetzt alles voller Shady. Was ist das denn, hä? 49? Das ist crazy. Okay. Geh nur nach oben, da. Ich drück gleich Gadget. Ich drücke jetzt das erste Gadget. Sehr gut. Noch ein bisschen sicht in die Richtung. Sollen wir außen bleiben am Anfang? Ja, ja. Okay. Ich kann einen 1-1. Warte, 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 warte. Und jetzt, ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich rieche mich ein. Jawoll. Oh, 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 oh. Da ist noch ein Ball. Siehst du was? Da außen wäre noch ein Team gewesen. Da ganz außen kommt der WD-6. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh. Das ist natürlich gar nicht. Ich hoffe, das kann ich nicht liegen. Ja, aber nein. Alles gut, alles gut. Link zu Lani's YouTube-Kanal ist wie immer ganz oben in der Beschreibung. Schaut auch gerne bei ihm vorbei. Und lasst auch gerne hier auf diesem Kanal ein Abo da, wenn ihr in Zukunft nichts zu solchen Rekorden oder auch seinem Push verpassen wollt. Vielen Dank. Ein bisschen schwer mit Cordelius hier was zu machen. Ja, 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 ich weiß gar nicht mehr wie. Haben wir jetzt auf jeden Fokus nirgends jetzt. Mach schon mal ein Gadget auf jeden Fall an. Ja. Jetzt ist halt eklig, ne? Wie kannst du denn in den Schattenwelt gleich gehen und uns damit ein bisschen retten? Ja, ich überlege da wenig wie wir holen. Ja, ja, ja. Ja, ich hol mir was. Okay. Ich wurde leider geultet. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Let's go, hä? Easy. Sehr, sehr schön. Ey, das ist geil. Da kannst du auch gut, guck mal, hier, schöne erste Runde von uns beiden fand ich. Ah, es kommen viele. Oh, die sind low, die sind low. Komm her. Komm her. Sie sind gut, beide. Vertrauen. Nice. Ist okay, ist okay. Genau so wollte ich das. Genau so wollte ich das. Jetzt haben wir genau die Kisten, die wir brauchen. Lass direkt Mitte. Wobei, ich hab noch Vision. Komm. Ja, lass das. Komm her. Okay, okay. Mach Gert schon mal an. Soll ich Vision schon mal drücken? Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, sehr gut. Oh, Junge, let's go. Ich geh dir. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Er kann niemals denn kommen so. Nein, das ist unsichtbar. Ja, okay. Lass Mitte gehen, lass Mitte. Das war wichtig. Das war sehr wichtig. Ich drück immer Vision, oder? Komm, dann haben wir schon mal die Übersicht hier in der Mitte. Ja. Boah, ja, besser geht's nicht. Guck mal, jetzt. Elf Cubes, das ist so gut. Ich sag ehrlich, Tara broken. Okay, von der anderen Seite. Ab denn? Hä? Weiter count und dann machen wir 100k pushen. Ja. Ey, ich würde 100k pushen, wenn es nicht so zeitaufwendig wäre und wenn ich besser wäre, im Spiel voll. Wo ist sie? Oh, ich wollte gerade sagen, da. Nice. Okay, lass von beiden Seiten. Okay, so geht auch. Ey, übel stark. 800 Trophäen schon mal mit Tara. Ne, 800 Trophäen mit Cordelius. Da sehen wir es. Ich bleibe, würde ich sagen, noch bei Tara, bis ich 800 Trophäen mit Tara habe. Ich mach das erste Gadget, oder? Ja. Ah, ich hab nicht geschafft, das ist ein Gadget. Oh, 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 oh. Ist okay, ist okay. Ist sogar mehr als okay. Ist das die Oldt hier auch schon? Boah, das ist perfekt, sehr schön. Soll ich drücken? Ja, save, das ist ein Gadget. Oh mein Gott. Okay, war gar nicht nötig, egal. Junge Landi ist stark. Lass Mitte gehen, oder? Ja. Ich drück gleich wieder Gadget. Ich hab noch zwei Gadget. Oh mein Gott. Beware, mein Dustin. Was ist das denn? Was ist das denn, Junge? Hey! Neue Beta entdeckt. Was war das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das ist Bass, Bass, Piper einfach. Junge, die trifft die ganze Zeit auch noch. Außen ist noch ein Team gewesen. Ah, das ist es. Voll die jetzt. Aber los. Ah, ich mach auch die schlechtesten Places teilweise, Mann. Jetzt haben wir einen Heal-Schatten. Komm rüber. Nein, 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 nein. Überleb schnell. Komm. Ja, ich hab keine Gedanken mit dem. Oh, danke. Ich hab auch gedocht mit dem. Ja, der ist ohne Witz. Ich mag den Heal-Schatten. Du musst ihn beschützen. Nein. Ich stehe auch nicht, warum das Nuller-Team so auf uns geht, Mann. Und so, das ist keine Ahnung. Jetzt müssen die uns das erste skillen. Ich bin tot, Jonas. Ja? Nein, ich bin nicht. Ich wollte schon sagen. Ich höre es kurz damit. Ab hin. Schön. Oh, Mann. Das ist los. Ich hasse ich immer. Zehn Sekunden. Wo ist er denn? Unten, unten, unten. Oh, Digga. Was ist das wieder? Ey, der hat dieses OP-Ding, ne? Oh. Nein. Jetzt weiter geworden. Das war peinlich. Achtung Trophäne mit Tara. Das heißt, Zwischenstand. Wir sind schon gut gepusht eigentlich. Wir sind jetzt hier. Landi. Achtung 21. Die ersten 50 Trophäne. Nice. Oh, sehr gut. Zwei Kisten. Ist keiner. Ist keiner hier. Ich lasse mir die Kisten. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Ich soll erstmal die Ulti jetzt aufladen. Aber auf jeden Fall. Oh, hier ist sie. Das ist sehr gut. Oh, perfekt. Oh, was? Schade, schade. Ich hätte noch schneller schießen müssen. Alles gut. Ein bisschen Panik. Ab Ulti jetzt. Das ist sehr gut. Hier, hier, hier. Hoch, hoch, hoch. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nicht, nicht, nicht. Wieso nicht? Hier ist doch ein Team. Deswegen. Zwei Team. Ich habe jetzt keine Gadgets mehr. Ah, schade. Das wäre wichtig gewesen jetzt hier. Dann lass doch auf Safe lieber weggehen, oder? Sagst du? Ja, ja, ja. Ich brauche einen Hit für Ult. Dann wären wir sehr, dass wir auch schon Ult. Du musst jetzt auf deinen Finger. Also du musst jetzt echt schnell achten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe schon den Finger drauf. Irgendwas kommt Ult ich. Irgendwie so eine Spinn auf mich zu, oder so. Das ist sehr gut, vielleicht. Bin dran, ich bin dran. Ja gut, ich kann weg Ulten. Das bringt nichts. Mandy ist ja so ein Random Pick für die Map, Mann. Finde ich jetzt low. Aua. Man, das geht nicht halt hier auch so. Durch. Ja, das war schon sehr random, sag ich ehrlich. Das war schon sehr random, oder? Das war so hart random, Mann. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ich denke, ich habe den nichts geholt. Ja, jetzt ist es easy. Jawoll. Komm, direkt die erste Shelly-Runde hier. Schön. Wie rare du kommen die Manny, bitte. Vor allem, wie es dich doch weggeultert hat. Sehr gut. Ich kann hier, glaube ich, noch eine Kiste holen. Wollen wir die andere Kiste so rein? Ja. Sehr, sehr gut. Super Start. Super, super Start. Ja, genau. Ich will gerade sagen, besten Mann, Gadget Schritt. Ja, ja. Safe. Oh, was? Ist denn schon wieder Weihnachten, oder? Du, die Kiste. Safer, weil ich kann dann Shelly, glaube ich, mehr machen. Äh, wenn du noch... Weiß nicht, sonst mit dem Gadget vielleicht noch mal rein, ansonsten. Ja, ja. Kommen wir auch. Dann machen wir mal Gadget. Oder, ja, jetzt hier vielleicht. Hast du gesehen? Oh, ja. So weit geht's, buddy. Hab einen. Oh, oh, oh. Sehr schön. Tut ihn. Oh, 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 was? Wieder so random, Mann. Ich bin tot, wahrscheinlich. Nein, nicht sehr heftig. Alles gut, alles gut. Ja, hol... Oh, was? Oh, mein Gott. Sehr gut. Ist okay. Kriegst du mal, oder? Wobei, war vielleicht ein bisschen lost. Lieber den Ulti aufheben sollen, wegen Erdgeiger. Stark. Er sagt zwei. Ja, also Platz eins halt. Krass. Er Schäde mit Hypercharge, das ist sehr schön. Geht auch noch ein Hypercharge dann manchmal. Hier zwei, vier, null. Sehr schöne Runde. Okay, auf geht's. Wir starten rein. Brawball. Wenn wir gewinnen, dann bin ich schon mal auf 800 Trophäen hier mit Jesse, Leute. Nice. Habst du zwei Hits auf sie? Oh, sehr gut. Sehr gute Hits. Soll ich ulten? Ja, okay. Ne, brauchst du nicht. Wohin die Ulti? Am besten mach mal Hint hin, wo ich hin ulten soll. So. Ja, ich gucke. Hinter diesen... Dahin? War gut? Ja, wenn er geht, war okay. Aber... Ja, auch so, okay. Wenn der Ball ist jetzt, da, töd. Da, wo der Ball ist. Einfach ganz aller Mann. Dann kannst du auch... Wenn du die alle drissen mit dem Gadget oder so, kannst du auch einfach reinschmeißen. Nice. Erste Runde gewonnen mit dem neuen Skin. Ich holte rein. Ja, war okay. War okay. Ist doch. Na gut, geh hoch, geh hoch. Nice. Oh, ich wollte schon sagen. Geh, hibertalte, ult. Boom, boom. Jawoll. Jetzt Pressure des Todes. Ja, easy Tor. Das haben wir auf jeden Fall. Jawoll. Schon startet der, Broder. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Auf geht's, die letzten drei Games. Wir hier Jesse auf 850. Und dann ist auch Landi auf 850. Genau, passend. Let's go. Und dann gleich ein 100. Oh, hallo. Jesse einfach. Aber Jesse ist ein geiler Broder, ne? Macht Spaß. Ja, ja, ja. Wenn du Turret hast, und dann kommen die wieder rein. Ja, ja, ja. Safe. Ist echt ein geiler Broder. Oh, die... Oh, Gott. Schön. Ja. Ja, ja, ja. Jawoll. Schön. Score einfach. Score, score. Jawoll. Der ist fast tot. Der ist fast tot. Schön abgewehrt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Passt. Schön. Jetzt habe ich auch ulti. Ja, wir führen eh schon 1-0. Das ist gut. Jetzt schön, richtig. Pass schon. Das ist gut. Say hello to my other friend. Nice. Ja, doch. Passt, passt. Tschüss. Vielleicht wird in die andere Richtung laufen. Voll daneben geaimt. Ja, wir haben es aber. Wir haben es aber. Das passt schon. Das ist da raus. Nice. Oh. Sehr ball. Okay, let's go. Zwei Games für 850. Let's go. Wir gehen rein in die letzten zwei Spiele. 850 mit Jesse. Und wenn wir gewinnen, sind wir auch 850 jetzt hier für Landi. Hab gleich ulti. Vielleicht ganz wichtig jetzt. Nice. Gut, ist gut, ist gut. Ganz voll. Ganz voll. Wollte auch gerade sagen, wenn ihr den rausnimmt. Jawoll. Schön gemacht. Okay, 1-0. Ah, miese ulti. Kennst du? Hab ihn. Ah, ich bin der rosa, aber ist okay. Schön, schön, schön. Oh, eine. Oh nein. Ah, schade. Ja, ich hab ihn geblockt. Du hast gesehen, ey. Oh, stark. Okay. Ein letztes Game. Dann haben wir es. Erstmal 850 für Landi. Die sind schon erreicht. Ein Game für 850 mit Jesse. Die holen wir jetzt gerade noch. 861 sogar schon. Achso, das war schon drüber. Sehr gut. Okay, wenn wir gewinnen, sind wir schon auf 870. Das geht schneller, als ich dachte. Sehr geil. Entscheidendes Game. Wenn wir auch 850 tropfen werden mit Jesse. Und gehen hier Richtung 86. Nee, das ist nicht voll shit. 69.900 glaube ich, ne? Boah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das Wetter. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Müssen wir eigentlich scoren. Sehr schön. Hast du mich vielleicht drüber? Hab geschossen. Kommt der Ball an? Ist beide in der Schattenwelt. Ja, dann ne. Oh, wow. Weil die trifft einfach irgendwie gar nicht. Kann der Schuss auch raus mit dem Ball? Jetzt, ich ne, der Schuss noch nicht raus mit dem Ball. Ich hab eigentlich noch geschossen schnell. Egal, 1-0. Alles gut. Jetzt ist halt ganz wichtig, direkt eine gute Ult zu landen. Ja, nicht. Das war schlecht, das war schlecht. Warte, ich klopfe sie. Schön, schön, schön. Okay, ist gut, ist gut. Richtig. Oh, ich slow nochmal. Ich hab jetzt Hypercharge aktiviert. Ist okay. Ja, schön. Ja, jetzt ist eh gut. Mit Hypercharge-Ulti haben wir das jetzt eigentlich. Dann haben wir auf jeden Fall die 810. Oh, die sind beide so low. Oder 1-Hit. Hab ihn. Ah, ist das nice? Ja, doch, ist sehr nice. Der macht da oben richtig Druck jetzt. Jawoll. Haben wir. Eigentlich, was wir da machen. Ja, das war... Hä? Das war halt einfach aufgegeben. Wir dachten einfach, komm, ich hol wenigstens noch den Kill gegen Jesse. Krass. Let's go. Und damit. Sehr schöne Runde nochmal. 859 und wir sind insgesamt jetzt bei 800... 69.872. Okay, dann würde ich sagen, lass mal Knockout gehen. Oh, 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 oh. Seh's. Schön wichtig. Spike wäre auch fast da gewesen. Er macht einfach auf. Und rennen auf mich zu. Ich hab's gesehen. Han hat euch einfach so weggedingst damit. Oh! Oh, Jonas, jetzt. Nice. Ja, der Jump war nicht optimal, leider. Egal. Was sagst du denn so? Der sah gerade auf. Er schießt. Und zwei Minuten später springst du. Reaktionstem war nicht so optimal, sag ich ehrlich. So, jetzt. Jetzt ist es sehr gut. Jetzt ist es richtig gut. Der Ulti muss ich ihn eigentlich kriegen. Wenn er noch drauf schießt, zweifelt. Jetzt ist es ganz, ganz, ganz mies für ihn. Ja, souverän. Der Carry 2 gegen 1 geworden. Wo ist das? Sehr cold. Ah, da. Let's go. Ey, das war wirklich eine schöne erste Runde. Okay, 700. Und 87. Eine Runde. Ich hau kurz. Und bei dir, zwei Runden für 900. Schon mal gute Kontrolle jetzt rein. Richtig. Schön. Sehr, sehr schön. Ist das die Ulti gar nicht mehr gebraucht. Nice. Let's go. Habt ihr? Ja. Let's go. Wichtig, dass wir die Streeter halten. Sehr schöne Runde wieder. Und damit, 800 Trophäen genau mit Eve. Ich würde sagen, wir bleiben noch eine Runde bei Eve. Und dann bist du nämlich genauestens bei 69.100. Ich brauche noch eine zu Ulti, wäre aber wichtig für die nächste Runde schon. Ich dränge jetzt hier rein. Sehr gut, richtig. Ja, perfekt. Besser geht's doch nicht. Dann lass mich jetzt mal hier reingehen. Auf jeden Fall. Ich krieg die Ulti nicht mehr. Oh, das war los. Ich hab mir die Ulti gegeben. Soll ich direkt die Ulti aufladen? Direkt die Ulti setzen? Äh, was? Weiter, Gott. Dann mach ich sie mit dir. Jetzt? Jetzt, jetzt. Ich muss noch hin. Okay. Sehr gut. Angelo, auf, 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 Angelo. Ich seh, ich seh, es ist alles gut. Alles gut. Das Angelo ist immer so ekelhaft. Die müssen es wirklich überleben. Jaja, jeden. Jeden im Spiel gefühlt. So 8.000 Schaden oder so. Oh, oh, oh. Was sind? Jawoll! Wichtig! Voll reingelaufen. Warum ist sie überhaupt stehen geblieben? Ich wär doch eh schon los. Sehr schön. Die Yves war geil jetzt hier. Sehr gut. Hat doch gut funktioniert. Jawoll! Richtig schöne Runde. Stark. Mal hier 69.900. Ey, geht doch. Guck mal, jetzt haben wir eine 8er-Streak plötzlich. Werden wir jetzt gewinnen. Schon mal fette 9er-Streak. Haben wir schon einen 9er-Streak? Naja, wir sind richtig gut dabei. Wir haben jetzt gewinnen einen 9er-Streak. Wir sind gerade richtig gut. Aus Versehen. Aus Versehen 9er-Streak, ja, ja. Oh, hast du den Trickshot gesehen? Oh, der fliegt, der fliegt, der fliegt! Hast du das gesehen, wie der geflogen ist? Das sah so geil aus, diese Kugel. So richtig langsam, Mann. Den Trickshot habe ich auch gesehen, der war auch stark. Ah! Ah! Ja! Eigentlich mal einen Kill gemacht, hä? Geht doch. Manny hat einen, äh, einen. Oh! Gut gemacht, Lordeo! Das war wieder schön gegen die Wand. Um sie zu provozieren, wollte ich sagen. 1 zu 1. Ach, dann 41 jetzt. Und das heißt, wir sind da hier. 69.944, Leute. Okay, entscheidendes Game für 69.950, Leute. Auf geht's. Voll, voll, genau. Ach, der wird gehealt von Bayou und deswegen. Ah, ich wollte schon sagen, woher dieser komische Effekt kommt. Ich bin jetzt Pony. Ah, stark, hä? Krass. Kann er meinen Reflektor hat leider nicht nutzen gegen ihn. Oh, oh, oh. Ja, ist okay, ist okay. Wir können jetzt hier schon... Ich hab 1 zu 1 getraded. Jawohl. War sehr gut, vor allem, weil wir ja eh schon überzaubern. Was er meint, werde ich eigentlich Reflektor machen müssen, egal. Alles gut. Schön. Sehr, sehr schöne Runde. Das ging sehr schnell. Das heißt, wir sind jetzt, oder Landi ist bei 69.150. 12er Street, nochmal sehr stark auch hier von euch beiden gespielt. Okay, wir gehen in Duo. Wenn wir jetzt sehr gut sind, sind es 5 Runden. 70.000. Auf geht's. Okay, wo gehen wir hin? Genau, am besten Sicht. Ah, der wäre fast down. Ah, schade. Geht nochmal. Oh, komm. Nee, komm. Ah, lost. Irgendwie nicht so gut. Vielleicht ist noch irgendein anderes Team von der anderen Seite kommt. Auf jeden Fall nochmal Gadgets, sobald du kannst. Mach nochmal Gadgets, sobald du kannst. Ja, lass hochgehen, oder? Ja, ganz... Oh, die fighten, die fighten, die fighten. Oh, der ist zu früh. Hab ihn? Alles gut? Ja, was ist trotzdem zu früh. Ah, schade, man. Schade, man. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab kein Gadget. Ja, alles gut, ich warte. Hast du kein Gadget mehr? Nee. Soll ich reingehen, oder nicht? Ich kann nur rein, der kann, der kann ja gehen, 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 gehen. Okay, dann bleib du safe hinten. Ja. Ja, gehen, gehen. Alles noch zu zweit. Ich gehe. Versuch es, ja. Wir sind nach oben. Okay. Ja, er war lost, es war lost. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Er hat ulti, der Bull. Nicht, ich... Oh je. Es war lost. Es war dumm. Na klar, dass es nicht klappt. Wie soll ich... Ich kann nicht in den 7er Bull reinlaufen. Bull und ulti müssen echt aufpassen. Ich gehe nach oben hier. Was will der jetzt? Hab jetzt ulti? Oh, oh, oh. Oh, ich... Ja, wir müssen uns eigentlich irgendwas machen, fast, oder? Okay. Oh, oh, oh. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, oh, oh. Er ist eine Lou-Eisfläche. Achso, ich dachte, er ist eine Tile holt. Die Red was lost jetzt. Junge, wie unlucky, dass wir die Kips nicht nehmen können. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leide rüber. Ja, ja, ja. Druck, Druck, Druck. Oh, die fighten so gut gegeneinander, das ist perfekt für uns. Oh, ich leide. Ja, schöne erste Runde, hä? Lucky, muss ja noch ehrlich sagen, hat auch Platz 5 werden können. Warte, 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 warte. Boah, schöne erste Runde. Okay, 13er Streak jetzt. Oh, das ist krass, stimmt. Das heißt... 68. Ja, das sind 3 Runden sogar, wenn wir gut sind, nicht 4. Du bist immer so locker, ich bin immer so voll angespannt. In Runden redest du einfach über irgendwas. Ich bin voll... Oh, da, die Pipe. Woher Fokus? Ich bin jetzt 8 Lunden live. Nice. Oder? Oh, 5 Lunden vor mir oder so. Habe ich schon mal Hälfte ult jetzt? Habe ich nicht plus 1 aktiviert? Speed Damage, glaube ich. Ah, Damage, nicht plus 1 habe ich, oder? Oh, das ist es. Du bist am Sterben. Geht doch, ich habe zwei Hits abgekommen. Du willst nicht Vision machen, dachte ich? Das ist aber ne Melody. Da gehen zwei Hits ganz schnell into One Shot. Bin tot. Geh weg. Verlost. Oh, geh vielleicht Richtung Mitte lieber? Oh, 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 oh. Bin 7 Sekunden weg. Oh, dass ich nicht gedasht das, Mann. Oh, je. 4 Sekunden. Lass lieber Mitte, oder? Oh, nicht. 3 Sekunden bin ich back. Ist okay. Okay, schon mal Top 4. Da bleiben. Gut, ich bin nicht so Rewind zu verlieren, ne? Boah, sehr gut. Wir sind Top 3 schon. Oh, je. Ah, die wird eh weg der schon, wenn ich meine Ulti setze. Nicht so geil. Wir stehen im Bass, wenn wir hier stehen. Ich bleib mal hier. Was hast du denn jetzt? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 8 Cubes, Mann. Der ist sehr gut. Der ist halt auch alle noch. Oh, die gehen jetzt voll offensiv. Ist gut für uns. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Alle unten links ist der gerade am Fight. Ich weiß nicht, ob einer noch ein Brust eben gewartet. Lass sie mal. Geh mal weg, geh mal weg. Ja, sei dumm. Lass, 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 geh weg. Ja, ja, ja. Oh, 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 sechs. Oh, nein, nein, nein. Lass sich zeigen sollen. Lass sie, lass sie nicht drinnen. Komm. Jetzt im Ende. Du hast noch respawned. Ich weiß es nicht. Der war es mir nicht. Lass sie mal gucken. Ja, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Nice. Ich versuch's, ich versuch's. Schau. Zwei Games für die 70.000. Oh, 0-2, 0-1 hat mehr als der. Ey, wir haben eine 14er-Streak jetzt. Oha, ist voll gut. Da kommt ein Leon zu mir. Ne, ist ein Leon bei mir schon. Ist ein Leon schon bei mir. Der ist zurückgezogen, jetzt glaube ich. Mach Sicht, mach Sicht, mach Sicht. Oder? Ja. War Waste. Ne, ich habe hier einen Cold bekommen dafür. Wow. Ja, ja. Der hat er nicht, der Jürgen Jonas. Tja, gut, der war auf 1.000 HP. Ich bin als Shally reigelaufen, aber ja. Hattest du eigentlich einen Grund, warum du Jonas hattest und nicht nur Jonas? Äh, ja, weil Jonas schon vergeben war. Dieser eine YouTuber heißt ja Jonas mit den 2,5 Millionen Abos. Kennst du den? Ja. Jonas Ems. Oh, nice. Oh. Oh, 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 oh. Top 3 war schon mal sehr gut. Top 3 ist sehr gut. Warte, warte. Wenn die sehr nah da dran kommen, dann kriegen... Wenn die jetzt greenen würden, ja. Ja, ich verordern nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ich hätte machen sollen. Ich mach jetzt, komm. Oh, das ist ein bisschen zu spät. Na ja, weiß nicht. Irgendwie alle down. Weiß nicht, bis es zu spät war. Ja, das war gut. Ich muss rollen. Let's go. Ach, ich bin den Carry. Ja, gerne, gerne. Hab genau geslowt, schön den Bow rausgenommen. Und jetzt sind... Jawoll. Jawoll. Sehr schön. 800. Schau mal, wo ich mit meiner... Oh, ich kriege auch 800 Trophäe mit meiner Shelly auch nebenbei. Boah. Neun Trophäes. Letzte Runde. Mach nochmal Geld, wenn du kannst. Hab den Striper. Der ist gestorben, los. Was soll? Ach, komm. Nein, 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 nein. Nein. Genau, genau. Hinten der 15er Streak, Mann. Die Streak. Ja, egal, wie viele Runden sind es. Ich glaube, es ist nicht immer noch zwei sind, oder? 83. Wenn wir gut sind, zwei. Let's go. Wenn wir gut sind, zwei. Zwei gute Runden. Auf geht's. Vollminz. Du bist immer so entspannt, wenn ich und mein Leben schwitze auf der Höhe. Irgendwie diese Mücke. Puh. Du und deine Mücke. What the hell? Ja. Hallo. Da war die Mücke. Ingrill sie doch mal. Lass Mücke, Mücke sein. Die war auf meiner Nase. Pass auf, ich snappe da rein. Das ist der Play. Voll getroffen. Boah, ich hab jetzt Ulti. Das war gut. Oh. Okay, komm. Drei Siege jetzt. Schaffen wir. Drei kleine Siege. Ich bleib im Bus stehen. Du holst die Kiste. Hey, du. Lass noch ein Stück und dann... Lass direkt Mitte. Ja, komm. Scheiße. Genau. Einfach ganz... Ja, wohl. Okay, komm. Wieder zwei sind jetzt. Ich hab Ulti. Ich hab Ulti. Zwei jetzt. Digga, alles daneben. Schieß. Schieß. Ja gut, das war irgendwie best. Ja. Oh. Ach komm, die haben beide so Lack gehabt, dass sie überlebt haben. Ja, ja, ja. Wir hätten das so sein. Wir waren ehrlich. Wirklich gewinnen müssen eigentlich, ne? Ja gut, er hat mich zwar lost. Ja, egal. Platz zwei ist auch gut. Ja. Mach deine Weiß auf. Komm, 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 komm. Ja, ja. Ich hab ein Schuss wieder raushauen müssen. Zweimal Bad. Jonas. Eine Hit. Oh, oh, komm. Alles gut, ich bin weg. Ich komm wieder dazu. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Great, ich hab eine Hit. Ulti. Schööne Runde. Schöne Runde. Wir sind auch noch? Jawoll. So will ich das sehen, Landi. Wunderschön. Ich hab dieatze noch. Ich drück gleich, ich drück. Ich glaub, hier ist safe nix. Ich hab irgendwie auch das Gefühl, vielleicht jetzt hier? Hier jetzt, ja. Wenn nicht, gehen wir einfach Mitte, lass Mitte gehen. Lass auf safe spielen. Was ist das für ein Commentary von dir teilweise? Wir sind Aliens, äh, Aliens Gegner. Ist okay, ist okay. Maisy war das, ich hab Maisy gehört, vertrau mir, ich hab die gehört. Was ist das aber krass? War ganz schlecht, ist gefährlich. Ach, da ist auch noch einmal ein Bursch. Ach, da war jemand. Okay. Ja, okay, easy session. Ja, besser geht's nicht. Das waren beide grad, achso, logischerweise waren das Gegner. Geht ja nicht anders. Ich wollte mir keine Teammates sein. Ach, immer der Mikro. Der Pass ist richtig sauer, lass die Eigenkästle nicht auf der anderen Seite. Leider bei Charge. Alter, das ist so eigene Camper wieder von denen, ne? Wenn wir jetzt noch verlieren, muss ich über das ganz safe gehen. Wenn wir noch irgendwas Dummes machen. Ja, 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 ja. Das ist echt dieser Mikro. Mikro carry den so hart Platz 2, ne? Das ist unfassbar. Ich werde den niemals bekommen, das ist unfassbar. Oh, oh, oh! Wo läufst du denn hin? Das war Mikro. Ja, ist egal, ich hoffe, ich... Wenn du fragst, wo läufst du denn hin? Ich bin halt dem Mikro nachgelaufen. Ich hätte es halt... egal. Oh, 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 oh. Ist okay. Scheiß drauf. Ich geh jetzt aggressiv. Also ohne Witz, ne? Ich hasse... ist mein Nummer 1 Hass-Brawler. Sieht man auch wieder warum. Schauen die doch an, das gibt's doch gar nicht. Es ist schlimmer als Mortis. Man kann die nicht mal treffen. Okay, komm, eine Runde. Eine Runde. Müssen aber Platz 1 werden. Ich geh auf die Kiste. Also. Gut gemacht, Jonas. Stark. Was denn? Was denn? Was denn? Das ist doch Commentary. Ne, komm. Das ist immer... egal. Ja, 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 ja. Da oben, da oben. Ne, ne, ne. Das erleichtert es dir. Die hören mich sonst. Der Pirsch. Ach du Scheiße, die laufen einfach nur weg. Was ist das denn? Die laufen genau in die andere Richtung. Hallo, bleib stehen! Ich warte. Ne, hätte ich auch nicht. Oh, sehr gut. Ich komme von der anderen Seite. So ein bisschen hier. Oh, hab ihn! Predicted! Ja, Jonas. Nice! So wichtig! Let's go! Ja, 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 ja. Pass. Das ist gut. Das müssen wir schaffen jetzt. Wir müssen rejetten hier. Boah, jetzt haben wir so eine Kontrolle. Ich brauch einen Hinternacht. Ich hab keine Gadgets mehr. Ich fühl die Mapper so hart, ne? Ja, easy, easy. Hold, hold, hold. Oh! Wir haben gestorben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das muss Platz 1 werden. Das muss es sein. Dazu. Komm, 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 komm. Ich ult beide. Oh, oh, no! Doch, doch, doch. Ist gut, ist gut, ist gut. Schau. Das war doch mehr Trust. Geil! Jawohl! Jawohl! Plus 9, 800 und Shelly und da haben wir's. Hä? Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Ich dachte, du warst auf 89, dann warst du auf 86. Ich hab die Zahl irgendwie Tret gelesen. Okay, let's go. Schaffen wir, schaffen wir. Voll im Fokus jetzt. Dann bist du dann noch auf 85 mit Hara. Dann kannst du dich freuen. Ja. Nach Gadget? Ist gut, ist gut, ist gut. Das ist sehr gut. Die gehen auch irgendwie in die Mitte einfach. Hä? Das ist sehr gut. Ja, die wollen Mitte halten. Lass, so gut es geht, immer Gadgets nutzen. Dass wir safe sind. Ja, okay. Besser ist besser. Recher, Grave. Das ist Bow gewesen, das ist Bow gewesen. Da unten ist irgendwo Bow, ganz low. Ich helfe dir. Okay, okay, okay. Geh nicht, geh nicht. Grave muss eigentlich auch noch down gehen. Oh, oh, oh! Da ist ein Buzz plötzlich aufgetaucht mit Stun. Siehst du ihn? Und, oh, das war sein... Sein Down. Oh, ich hätte noch ulten sollen vielleicht. Ich wollte die Ult lieber, ich weiß nicht. Ich dachte, der Ult ist ruhig und ich. Halli. Schauen, wie ich es da... Okay, ne. Äh, ich geh mal hier hin. Ich meine, eigentlich kann ich jetzt jeden killen mit 6 Cubes in Ulti. Du hast auch Ulti. Ja, passt. Stun ist auch okay. Lass nicht treten. Lass nicht treten. Okay, du hast recht, du hast recht. Ist doch noch nur Ruß. Auf jeden Fall. Hallo, erstes Mal 70.000. Du bist von deinem Lass. Ich kann durch die Wand, aber der wird sich weg teleporten. Das bringt nichts. Es ist sehr gut. Oh, ach man. Ich hab grad angehittet. Schade. Egal. Ne. Hab ich. Nice. Nice. Ich hab die nächste Ult. Wichtig. Das ist super. Das ist sehr gut. Ich hab irgendein Gätschen mehr, aber ist okay. Lass es hier reinpushen. Lass uns auch ein bisschen Spaß an mit denen. Okay. Man kennt das auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh. Ah ja. Die Ult geht aber besser. Ich hab doch noch zwei Gadgets. Ach so. Hat nur cooldown. Ja, ich rassier hier oben alles. Das ist eine schöne letzte Runde. Ja, ich rassier hier oben alles. Das ist eine schöne letzte Runde. Danke, dass du hier geriest. Bitte, bitte. Gar kein Problem. Mach ich gerne. Einfach. Das ist der letzte. Hypercharge. Boah, sei ehrlich. Das war eine schöne letzte Runde. Das war eine schöne letzte Runde. Guck mal hier. 4-0, 4-0. Und auch 4-0. Stark. 815. Jetzt aber. 815 mit Tara. Jawoll. 70.000. Verrechnet? Nein. Das sieht so stark aus. Das ist echt stark. Richtig, richtig geil. Damit ist Lightning inzwischen über 70.000 Trophäen. Nächstes Ziel sind natürlich die 80.000. Wenn ihr auch das sehen wollt, lasst natürlich unbedingt ein Abo da. Und wie immer vielen Dank für den krassen Support. Das Profil ist crazy. Unterstützt mich immer gerne kostenlos im Shop. Ganz rechts mit Creator Code. Jo, Jonas. Gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Vielen Dank für den kranken Support aktuell. Da ist noch der Abstand mit den letzten Videos verlinkt. Und bis dann. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und danke fürs Zusehen. Ciao.